Meine Damen und Herren, ich fahr heute ein Suzuki. Heute begleite ich Ihnen mitgeboten auf einer Fahrt von Suzuki, japanischer Styler. Also, das ist die Karosserie. Unser Wahn hat heute deutlich fährt unter der Haube und geht ab. Hören Sie diesem Motor den Anzug. Die Japaner haben wirklich was zum ersten Mal hinbekommen. Also, die Hohensöhne, die Japsen, die Köln. Sehen Sie diese Autos, die mein Kameramann gerade zeigt, das sind alles Flasche. Man muss so fahren. Sie, so gibt es die Möbel. Auf jeden Fall, bei der Fahrt hat sich viel erlebt. Geile Kurven, geile Autos, aber nur dieses Auto. Sehen Sie diese Autos hier? Das sind alles von den Kartoffeln. Ich kann auch nicht mehr erinnern, die Welt hat man mit dem Feld. Also, das wird schon auf. Und hier steht schon oben, sondern ich wurde extra drauf. Man hat meiner Fahrt ein Handgriff. Man hat mich nicht mehr erinnern. Ich lebe, nach ich etwas zu tun. Ich will auch mal gucken, die ich nach Autos gucken. Ich bleibe hart auf die Linie. die Schicht nach dem Jahr jetzt mit Schichtjahr der Becker nahe heizt die die Kirche hier das Schott auf ein paar Jahre der Verkaufmann und jetzt steigert sich auf ein Land her ein die Motoren von diesem Land es ist einfach heute hat man ich wollte mir nicht er genossen wird die Geräte ich bin ja auch in der Hauptstadt immer in der Welt und das ist ja auch so viel als nach Sambiel in der Welt ja halt morgen älter Zwischenhausen und mit dem das ist so wichtig mein Damen und er die ja guck ja 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 du 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 Und Blumen. Ja, kommt. Ja, kommt. Ja, kommt. Du hast du das Gefühl? Du hast du es Gefühl? Du hast du das Gefühl? Ja. Das ist das Gefühl, dass du das Gefühl hast. Du hast du das Gefühl. Ich weiß nicht, dass er sich...